Ich las kürzlich, dass man jetzt Anwälte statt der Ratten bei wissenschaftlichen Experimenten verwendet. Man tut dies aus zwei Gründen. Erstens, die Wissenschaftler empfinden weniger Mitleid mit den Anwälten. Und zweitens, es gibt ein paar Dinge, die nicht mal Ratten tun würden. Ich möchte an dieser Stelle dem Kuratorium des Great Ormond Street Hospital für die Einladung meinen Dank aussprechen. Und Sie um Nachsicht bitten, weil ich normalerweise meine Reden vor Aktionären halte. Wir kennen einander nicht und ich bezweifle, dass wir sehr viel gemeinsam haben. Mit Ausnahme dieser wunderbaren Frau Wendy Angela Darling. Großmutter Wendy bot mir Wärme und Zuflucht. Sie lehrte mich Lesen und Schreiben. Sie fand sogar Menschen, die mich adoptierten und meine Eltern wurden. Sie liebte so viele Kinder auf so mühle, so mühle, so mühle, so mühle, so weise. Das ist Ihr großer Verdienst. Viele von Ihnen waren einmal verlorene Kinder. Aber Großmutter Wendy fand Eltern und ein Heim für jeden von Ihnen und rettete sie. Das ist Ihr ureigenes Wunder. Und ich weiß genau, dass, wenn Sie hier ständen, Sie viel besser imstande wären als ich. Ihren Gefühlen von... ...Wertschätzung. Aufrichtigem Dank und liebevoller Zuneigung, für diese Frau Ausdruck zu geben. Letztlich haben wir doch etwas gemeinsam. Wir sind Waisen. 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 Kann nicht kämpfen, nicht fliegen und nicht krähen. Also, wer von euch denkt, dass dieser alte Sack nicht Peter Pan ist? Auf diese Seite. Hallo. Was? Komm gleich wieder. Was ist? Willst du mir in den Rücken fallen? Oh. Willst du mir in den Rücken? Oh ja, da bist du ja, Peter. Aber Peter, du bist ja erwachsen. Du hast versprochen, nie erwachsen zu werden. Peter? Peter? Deine Nase ist riesig geworden. Peter, herzlich willkommen in dem Land, Peter Pan. Hört ja nicht auf diese stinkende Elfe und auf diesen gehirnlosen Zwerg da. Ich trage Pans Schwert. Ich bin der Pan geworden. Hm, ihr denkt doch nicht, der, der kann es mir wegnehmen, Rufio? Wartet. Wenn Glöckchen ihm glaubt, stimmt's vielleicht doch? Ihr folgt doch wohl nicht dieser Flasche gegen Kapitan Hook. Und was hat er ihr verloren, wenn er nicht Peter Pan ist, hä? Er ist ganz sicher nicht auf Spaß hier. Und was sind das für Kinder, die Hook hat? Gebt ihm ne Chance. Es sind meine Kinder. Und Hook tötet sie, wenn wir nicht bald was unternehmen. Helft mir. Bitte. Gebt ihm die Chance. Stars in your eyes, little one, where do you go to dream? To a place we all know, the land of make believe. Musik Rose in your eyes, little one, where do you go to dream? geez lied sie b tow es czyli VPN приб ö infrastructure Untertitelung. BR 2018 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 Da kommt Pah! Kucki, Kucki, ich hab den Hucki. Huck! Nein! Weißt du, was ich mir wünsche? Was? Ich wünsche dir hier deinen Vater. Wie dich. Und es tut mir so leid. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018